so hallo herzlich willkommen heute mal wieder zum arma 3 epoch video kam jetzt ziemlich lange nichts mehr viel csgo aber wir werden jetzt auf jeden fall mal wieder ein paar videos raushauen denn es macht ihr gerade wieder breakdance ja ich hab es einfach drauf aber es sieht echt voll gut aus also eine drohne wo ich komme nicht hoch wir müssen elendlich sterben über uns genau über uns jetzt wieder zurück zum eigentlichen video und zwar möchte ich jetzt einfach mal kurz ein paar möglichkeiten vorstellen wie man sich werkzeug bauen kann das ja viel neues dazu gekommen wir werden jetzt auch immer recht kurze videos machen einfach um die inhalte quasi nicht zehn neuigkeiten machen sondern eher ein neuigkeiten video dass man das dann auch einfach nachher wieder gut findet wenn man nicht mehr weiß wie geht das oder wie ging das noch mal dass man sich durch einen halben stunden video durchklicken muss deswegen halten wir die videos jetzt recht kurz und füllen nicht so viele neunigkeiten in ein video rein könnt ihr mal drunter schreiben was ihr davon haltet und auch natürlich was ihr wenn ihr was wissen wollt schreibt es in die kommentare so und zwar habe ich mir jetzt mal ein paar sticks steine und seile ins inventar gepackt daraus kann man jetzt folgendes bauen einmal zum beispiel ein maul also so ein hammer den bauen jetzt einfach mal da braucht man ein stein zwei sticks und ein seil kraften wir so dann haben wir den hier fertig hier ist ganz wichtig ist tool was dazu gekommen ist ist der blanke oder wie das heißt also eine klo klocke saugnapf ist ganz wichtig aber jetzt habe ich hier so einen coolen hammer sieht mega aus auf jeden fall sobald ist man so flinstone mäßig auf jeden fall geiles feature ohne scheiß ich feier es legt mit dem boden und dann können wir noch eine hatchet bauen die machen wir auf jeden fall coole erneuerungen so für die feierstelle brauchen wir natürlich noch hier so sticks die kriegt man aus diesen gebüschen raus kann man mit der axt quasi klein hacken und kriegt man sticks raus steine kann man finden oder eben mit diesem schönen großen hammer der hier hängt auf dem rücken mit dem hammer auch von steinen quasi abklopfen und um dann eine feuerstelle zu basteln braucht man quasi erstmal steine und ein stick wieder also zwei steine ein stick machen auf kraften so dann wie gewohnt doppelklick auf den fireblaze bild in pflanzen was auch in der luft gehen oder nein ach egal einfach so durch robben geh schneller ok wenn die feuerstelle fertig ist wenn sie dann mal fertig ist wenn die feuerstelle fertig ist geht hier rein und geht auf upgraden dafür braucht ihr aber diese woodlocks also die holzstämme quasi dann wird das feuer quasi mit holz belegt und geht dann auch gleich an feuerlöschen könnt ihr dann drauf gehen mit einem maus rad feuerlöschen und ab den es gibt auf jeden fall jetzt zum zum nachtisch gegrillten dennis das war es mal soweit fürs erste video alles werden auf jeden fall die tage noch einige folgen wenn ihr was spezielles wissen wollt schreibt es bitte in die kommentare gebt daumen hoch wenn euch das video gefallen schräg schlicht geholfen hat damit unterstützt ihr uns und schaut natürlich auf unserem server vorbei vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss als wichtiges tool was dazu gekommen ist ist der blanco oder wie das heißt also eine klo glocke so knapp ist ganz wichtig aber jetzt habe ich hier so einen coolen hammer sieht mega aus auf jeden fall Ohne Witz ist man so Flintstone mäßig. Auf jeden Fall ein geiles Feature, ohne Scheiß. Ich feier's. Das legen wir jetzt mal auf den Boden. Und dann können wir noch eine Hatchet bauen. Die machen wir jetzt auch. Da brauchen wir einen Stein, einen Stock und einmal das Seil. Die gucken wir uns auch noch kurz an. Die geht als Pistole. Nachladen habe ich nicht vergessen. Die ist jetzt nicht so spektakulär, aber so cool irgendwie so. Rust mäßig. So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zum Arma 3 Epoch Video. Kam mir jetzt ziemlich lange nichts mehr. Viel CSGO. Aber wir werden jetzt auf jeden Fall mal wieder ein paar Videos raushauen. Dennis macht hier gerade schon wieder Breakdance. Ja, ich hab's einfach drauf. Sieht echt voll gut aus. Oh Mann. Alter. Warte mal. Ne Drohne. Ja, ich wollte gerade sagen, ich hör irgendwas. Boah, ich komm nicht hoch. Wir müssen elendig sterben. Über uns, genau über uns. Über uns, genau über uns. Jetzt wieder zurück zum eigentlichen Video. Und zwar möchte ich jetzt einfach mal kurz ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man sich weckt. Jetzt wird's volles Survival-Game endlich. Ja, es sind auf jeden Fall coole Erneuerungen. So, für die Feuerstelle brauchen wir natürlich noch hier so Sticks. Die kriegt man aus diesen Gebüschen raus. Kann man mit der Axt quasi klein hacken. Dann kriegt man Sticks raus. Steine kann man finden. Oder eben mit diesem schönen großen Hammer, der hier hängt, auf dem Rücken. Mit dem Hammer auch von Steinen quasi abklopfen. Und um da eine Feuerstelle zu basteln, braucht man quasi erstmal Steine und einen Stick wieder. Also zwei Steine, einen Stick. Dann machen wir auf Craften. So, dann wie gewohnt Doppelklick auf den Fireblaze. Build. Hinspflanzen. Boah, das ist auch in der Luft, gell? Oder? Ne. Ach, egal. Erfse durchroppen. Geh schneller. Okay, wenn die Feuerstelle dann fertig ist. Wenn sie dann mal fertig ist. Wenn die Feuerstelle fertig ist. Geht ihr rein und geht auf Upgraden. Dafür braucht ihr aber diese Woodlocks, also die Holzstämme quasi. Dann wird das Feuer quasi mit Holz belegt und geht dann auch gleich an. Feuer löschen könnt ihr dann drauf gehen mit einem Maus. Gerade Feuer löschen. Und, yeah. Hab den... Hab den... Ha, 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 ha. Wurde ich nicht. ...zeug bauen kann. Da ist ja viel Neues dazu gekommen. Wir werden jetzt auch immer recht kurze Videos machen. Einfach um die Inhalte quasi nicht zehn Neuigkeiten machen, sondern eher ein Neuigkeiten Video. Dass man das dann auch einfach nachher wieder gut findet. Wenn man nicht mehr weiß, wie geht das oder wie ging das nochmal, dass man sich durch einen halben Stunde Video durchklicken muss. Deswegen halten wir die Videos jetzt recht kurz und füllen nicht so viele Neuigkeiten in ein Video rein. Könnt ihr mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Und auch natürlich, wenn ihr was wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. So, und zwar habe ich mir jetzt mal ein paar Sticks, Steine und ein Seil ins Inventar gepackt. Daraus kann man jetzt folgendes bauen. Einmal zum Beispiel ein Maul, also so ein Hammer. Den bauen wir jetzt einfach mal. Da braucht man einen Stein, zwei Sticks und ein Seil. Craften wir. So, dann haben wir den hier fertig.